Hey Charlie, unser WLAN spinnt schon wieder. Kein Problem, wir haben doch jetzt hier das Devolo Wi-Fi 6 Mesh-Kit. Damit gehören unsere WLAN-Probleme der Vergangenheit an. Hallo zusammen, in diesem Video geht es um das Devolo Wi-Fi 6 Mesh-Kit. Es geht bestimmt vielen von euch so, wie mir gerade, dass das Wi-Fi irgendwie spinnt. Entweder es wollen zu viele Geräte gleichzeitig rein oder das Netz vom Nachbarn stört. Ganz zu schweigen davon, dass das WLAN selten bis in die letzte Ecke des eigenen Zuhauses reicht. Genau, denn der Router steht ja meistens dort, wo der Telefonanschluss ist. Und dieser ist selten zentral im Haus oder in der Wohnung. Und selbst dann gibt es auch hier und da mal Probleme mit dem Signal dank Wänden oder auch Decken. Die Mesh-WLAN-Systeme von Devolo haben dafür auch schon in der Vergangenheit eine tolle Lösung parat gehabt. Denn anders als bei der Konkurrenz werden die Mesh-Netzwerke nicht über Funk aufgebaut, sondern über das heimische Stromnetz. Die App hilft dabei, das Devolo-System in wenigen Schritten einzurichten. Zuerst steckt man zwei Adapter in zwei Steckdosen, dann verbinden die sich automatisch. Danach steckt man den dritten Adapter ein und verbindet diesen mit einem LAN-Kabel mit dem Router. Nach kurzer Zeit sind dann die drei Adapter miteinander verbunden. Ihr könnt sie danach frei im Haus oder in eurer Wohnung positionieren. Der einzige Adapter, der halt in LAN-Kabel-Reichweite bleiben muss, ist der, der mit dem Router verbunden ist. Wer dann seinen ganzen Endgeräten die neuen Zugangsdaten nicht umständlich beibringen möchte, kann hier die bisherigen WLAN-Zugangsdaten per WPS-Funktion an die Adapter verteilen. Jetzt solltet ihr noch das WLAN eures Routers deaktivieren, damit ihr dann auch wirklich alle Vorteile des nativen Devolo-Mesh-Netzwerkes nutzen könnt. Mit WiFi 6 habt ihr dann die Möglichkeiten, mehrere Geräte gleichzeitig zu nutzen bzw. das Netzwerk. Und ihr habt 50% höhere Geschwindigkeiten im Vergleich zum Vorgängerstandard. Mit QAM 1024 wird der Datendurchsatz höher. Es können also mit einem Mal mehr Daten übertragen werden. Und mit OFDMA werden Daten jetzt gebündelt, um den verfügbaren Platz besser zu nutzen. Während dessen Moomimo in der Vergangenheit nur Router- bzw. Access-Point-seitig funktioniert hat, geht das Ganze mit WiFi 6 jetzt auch bidirektional. Mit BSS-Coloring können jetzt Router und Access-Points auch die gleichen Frequenzen nutzen. Das macht gerade in Innenstädten Sinn, wo sich viele WLAN-Netze überlagern. Auch Smart-Home-Geräte erhalten immer mehr Einzug und damit die batteriebetriebenen Endgeräte möglichst energieeffizient unterwegs sind, kann man TWT nutzen. Diese Target-Wake-Time ermöglicht es für Geräte nur dann zu kommunizieren, wenn wirklich etwas passiert. Zum Beispiel, wenn man eine Tür öffnet, wird dann ein Signal losgeschickt und vorher kann man wunderbar das Ganze im Standby lassen. Mit Airtime-Fairness wird darauf geachtet, dass die schnellen Endgeräte auch das schnelle WLAN bekommen und die langsamen Endgeräte natürlich die entsprechenden Geschwindigkeiten. So seid ihr zu Hause optimal versorgt. An weiteren Features für das Devolo-Mesh-Netzwerk wurde natürlich auch nicht gespart. Wir haben hier noch Band-Steering, Beamforming und aber auch Config-Sync. So habt ihr immer euer bestmögliches WLAN vor Ort. Der entscheidende Vorteil dieses WiFi 6-Mesh-Netzwerks ist, dass hier sogar alle drei Adapter WLAN-Fähigkeiten besitzen. Das heißt, selbst der Adapter, der mit dem Router verbunden ist, speist nicht nur das Powerline-Signal ein, sondern kann auch als Access-Point benutzt werden für euer WLAN zu Hause. Jeder Adapter verfügt auch über zwei LAN-Anschlüsse, sodass ihr Geräte dank der Powerline-Technologie auch per Kabel mit dem Router verbinden könnt. Und auch die Vorgängermodelle der Magic-Reihen sind mit dem neuen Devolo WiFi 6 Mesh-Kit kompatibel. Ihr bekommt das Devolo WiFi 6 Mesh-Kit Starter-Set mit zwei Adaptern für 349,90 Euro. Und wenn ihr eine größere Fläche abdecken möchtet, dann könnt ihr auch das Starter-Set mit drei Adaptern euch besorgen für 499,90 Euro. Und ihr könnt natürlich auch immer wieder einen Adapter dazu kaufen. Jetzt wisst ihr alles, was wir euch zum Devolo WiFi 6 Mesh-Kit erzählen wollten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.